Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir einen gefüllten Picknickkorb. Für den Korb brauchen wir dieses Band von Versandhauspäckchen, ein Haargummi, einen gebogenen Strohhalm und Pappe. Das Band in gleich große Stücke schneiden und an die Pappe kleben. Jetzt das Ganze mit Wolle umweben. Jetzt umwickeln wir den gebogenen Strohhalm, das wird später der Henkel. Nun die Bänder vom Korb kürzen. Jetzt umwickeln wir das Haargummi und kleben dann das Haargummi als Abschluss oben auf den Korb auf. Den Henkel kleben wir dann auch noch an. Für den Korbinhalt brauchen wir Strohhalm, Holzstäbe, Schaumstoff, Nylonstrümpfe, Perlen, Reißzwecken, Kulimine, Filzstiftdeckel und Stoff. Für das Weinglas nehmen wir zwei Filzstiftdeckel und kürzen sie auf der einen Seite. Dann schneiden wir von der Kulimine jeweils zwei Stücke ab und kleben die an die Filzstiftdeckel dran und anschließend die Reißzwecken als Fuß. Den Fuß und die Ränder des Glases bemalen wir dann mit goldener Acrylfarbe. Für die Wurst nehmen wir ein Stück gebogenen Strohhalm und wickeln ihn in einen Nylonstrumpf ein. Anschließend umwickeln wir den Nylonstrumpf mit einem Faden links und rechts, sodass es wirklich wie eine Wurst aussieht. Wer will, kann die Wurst natürlich auch aufschneiden wie eine Salami und so bemalen, dafür sollte sie aber schon vorher mit Acrylfarbe bemalt sein, weil sonst die Nylonstrümpfe wieder auseinanderreißen würden. Von der Handseife nehmen wir das Innere und trennen es ab, das wird später die Weinflasche. Für die Äpfel nehmen wir zwei Perlen und kleben darin einen Holzstab hinein. Das wird dann der Stiel vom Apfel. Für das Baguette kleben wir einfach zwei Eisstiele aufeinander und flachen die Seiten ein bisschen ab mit dem Taschenmesser. Für den Käse schneiden wir einfach ein dreieckiges Stück aus Schaumstoff heraus. Jetzt geht's ans Bemalen. Jetzt malen wir die Weinflasche von innen mit rotem Nagellack an. Jetzt nehmen wir grünen Nagellack und malen die Flasche von außen mit grün an. Das Baguette malen wir in Ocker- und beige Acrylfarbe an, den Korken auch in Ockerfarben, den Käse in Vanillefarben, die Wurst in Braun und die Äpfel in Rot und Grün. Jetzt nehmen wir ein Stück Stoff und kleben es in den Korb hinein. Die Weinflasche braucht noch ein Etikett. Hierfür nehmen wir ein rotes Etikett und kleben es auf die Weinflasche. Jetzt kann das Picknick beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi